Ja, was ist denn da? Ja, was ist denn da? Er kam mager vom Flur wieder zurück, ja, ne? Ja, richtig. Aber richtig. Der wollte nicht doch mal hoch sein, der wollte nicht doch mal hoch sein. Weil es gerne war, wir haben in der Haute, da war immer was Spurzbulte, da war immer angst, dass der Musil bei uns geht. Der ist so gerne. Das ist das dritte Mal, dass wir ihn so ohne Kuhlare bringen können. Ja, ich habe leider drei Mal in der Wohnung geschwollen. Ja, ich habe leider drei Mal in der Wohnung geschwollen. Vielen Dank.